Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 26. April. Prozess um zwei gestohlene Katzen in Wetzlar, stockende Sanierung im Haus der Jugend und im Ukraine-Konflikt blickt die Welt nach Deutschland. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. 5.000 Euro für zwei Katzen, eine Menge Geld. Das haben zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren als Lösegeld für zwei Tiere gefordert, die sie einem Wetzlarer Kleingartenbesitzer gestohlen hatten. Der 16-Jährige wurde bereits in einer Verhandlung am Jugendgericht als Mittäter freigesprochen. Der 18-Jährige musste sich jetzt am Wetzlarer Amtsgericht als Haupttäter wegen Erpressung verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll der 18-Jährige Wetzlarer mit einem Freund im vergangenen Sommer in eine Gartenhütte eines Schrebergärtners eingebrochen sein und von dort zwei wertvolle Katzen gestohlen haben. Anschließend ließen die beiden Täter dem Besitzer Nachrichten zukommen, in der sie 5.000 Euro für die Tiere forderten. Wenn der Besitzer nicht zahlen würde, würde er die Tiere nicht mehr wiedersehen. Der Erpresste meldete sich umgehend bei der Polizei. Bei der Geldübergabe wurden die beiden Täter von der Polizei geschnappt. Richterin Nicole Mitt verurteilte den Katzendieb zu einer Geldstrafe von 1.600 Euro, die er in mehreren Raten zahlen kann. Der junge Vater hätte mehr Geld im Portemonnaie gehabt, wenn er die Katzen dagelassen hätte, wo sie waren. Hoffentlich lernt er daraus, schloss die Richterin die Verhandlung. Morsche Balken, schiefe Wände, modrige Lehmböden, wer Fachwerkbauten saniert, braucht Zeit, Geld und gute Nerven. Die Stadt Wetzlar ist dabei, das geschichtsträchtige Haus der Jugend unterhalb des Doms zu sanieren. Bei den Arbeiten im historischen Gebäude treten unerwartete Überraschungen zutage. Überall im Gebäude findet man Rückstände vorangegangener Bauarbeiten, sagt Heitrun Rücker vom Gebäudemanagement der Stadt. Lehmwände, Mauerreste verschiedener Epochen, stellenweise kommen Zeitungen unter altem Putz zum Vorschein. Seit Februar laufen die Entkernungsarbeiten. Zunächst wurde Platz für einen Aufzugsschacht nahe der zentralen Treppe geschaffen. Dieser soll vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss über drei Etagen führen und Rollstuhlfahrern die Bewegung im Haus ermöglichen. Das Gebäude aus dem späten 17. Jahrhundert diente unterschiedlichen Zwecken. Es wird seit 1973 als Haus der Jugend von der Stadt Wetzlar genutzt. Ob die Sanierungsarbeiten bis zum Jubiläum des Haus der Jugend im kommenden Jahr abgeschlossen werden können, bleibt abzuwarten. Spediteure haben beim Räumen einer Wohnung in Darmstadt unter anderem eine Puppe eingepackt. Zwei Monate später stellte sich diese im Lager der Firma jedoch als Leiche heraus. Diesen Fall, über den zunächst die Bild-Zeitung berichtete, bestätigte der Oberstaatsanwalt Robert Hartmann, kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich so passiert. Als die Mitarbeiter der Spedition bei der Puppe, die sie am 9. Februar aus der Wohnung mitgenommen hatten, doch Zweifel hegten, alarmierten sie die Polizei. Das war am 14. April. Der Körper zeigte da schon deutliche Verwesungserscheinungen, sagt Hartmann. Die Staatsanwaltschaft hat dann eine Leichenöffnung angeordnet. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um den Mieter der Wohnung handelt, die entrumpelt worden ist. Warum er gestorben ist, sei nicht mehr zweifelsfrei zu klären, weil die Verwesung schon zu weit fortgeschritten war. Es habe aber keine Anzeichen für ein Fremdeinwirken gegeben, so Hartmann. Damit habe sich der Anfangsverdacht einer Straftat nicht halten können. Für uns ist der juristische Vorfall damit abgeschlossen, erläutert der Oberstaatsanwalt. Nach Informationen der deutschen Presseagentur soll ein Gerichtsvollzieher die Spediteure beauftragt haben, weil der Mieter die Wohnung habe räumen müssen. Die Leiche sollen sie für eine Schaufensterpuppe gehalten haben. Und nun in die USA. Twitter hat den Widerstand gegen eine Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk aufgegeben. Der Online-Dienst teilte am Montag mit, dass er sich mit Musk auf einen Deal verständigt hat. Twitter soll danach von der Börse genommen werden. Der Preis bleibt bei den von Musk von Anfang angebotenen 5.420 Dollar je Aktie. Jetzt liegt es an den Aktionären von Twitter, ob sie das Angebot annehmen wollen. Musk teilte Anfang April mit, dass er über Wochen still und heimlich einen Anteil von gut 9% an Twitter zusammenkaufte. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Erst sollte Musk in den Twitter-Verwaltungsrat einziehen. Damit wäre aber die Bedingung verbunden gewesen, dass der Chef des Elektroautobauers Tesla seine Beteiligung an Twitter nicht über 15% erhöht. Stattdessen schlug er den Sitz im Aufsichtsgremium aus und kündigte an, das Unternehmen kaufen zu wollen. Im Ukraine-Konflikt blickt die Welt heute nach Deutschland. Auf Einladung der USA beraten am heutigen Dienstag Vertreter zahlreicher Länder auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über den Ukraine-Krieg. Zur Konferenz auf der größten US-Air-Base außerhalb der Vereinigten Staaten hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin rund 40 Staaten eingeladen. Ein Ziel der Beratungen sei die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine, hieß es. US-Angaben zufolge soll es etwa um den Verteidigungsbedarf der Ukraine gehen, über den aktuellen russischen Angriffskrieg hinaus. In Moskau empfängt Russlands Präsident Wladimir Putin gut zwei Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Bei dem Treffen dürfte es neben einer größeren diplomatischen Rolle der Vereinten Nationen vor allem um sichere Fluchtrouten für Zivilisten gehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr findet ihr stets aktuell auf mittelhessen.de Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Alle Infos zu ambul trailer Cleanse Alle Infos zuartmenten Wirređeren Kurier, Join Wirređeren Kurier,360itan.de